Mitte Oktober hat der Gesetzgeber die sogenannte Inflationsausgleichsprämie verabschiedet. Wie du dadurch bis zu 3.000 Euro netto von deinem Arbeitgeber zusätzlich bekommen kannst und was es für Gestaltungsmöglichkeiten gibt, das erfährst du in diesem Video. Lass auch gerne ein Like und ein Abo da, falls dir das Video gefällt. Die Inflationsausgleichsprämie ist sehr gut vergleichbar mit dem in 2020 zeitweise eingeführten Corona-Bonus. Damals war es möglich, bis zu 1.500 Euro als Bonus zusätzlich zum Arbeitslohn steuer- und sozialversicherungsfrei vom Arbeitgeber ausgezahlt zu bekommen. Bei der neuen Inflationsausgleichsprämie sind es jetzt 3.000 Euro. Dafür müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, es muss sich um eine Bonusleistung handeln. Das heißt, die Leistung muss freiwillig und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bezahlt werden. Zweitens, begünstigt sind sowohl bar- als auch Sachleistungen, wie zum Beispiel die verbilligte Abgabe von Waren. Drittens, die Leistungen müssen zwischen dem 26.10.2022 und dem 31.12.2024 gezahlt werden. Viertens, es ist nicht erforderlich, dass ein Arbeitnehmer in irgendeiner Form in besonderem Maße von der Inflation betroffen ist. Da gibt es also keine strengen Kriterien. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Naja, der Arbeitgeber könnte zum Beispiel außerordentlich eine Bonuszahlung beschließen und diese dann über die Steuerbefreiung abrechnen. Aber auch Weihnachtsgelder könnten über die Steuerbefreiung abgerechnet werden, wenn diese nicht vertraglich vereinbart sind, sondern freiwillig gezahlt werden. Was mir hier besonders gut gefällt, ist der Zeitraum. Die Begünstigung reicht noch bis Ende 2024. Das heißt, wir haben noch über zwei Jahre Zeit, um die Steuerbefreiung auszunutzen. Es ist nämlich auch möglich, Zahlungen zu splitten. Das heißt, der Arbeitgeber könnte zum Beispiel diesen Winter 1.000 Euro bezahlen, nächsten Winter nochmal 1.000 Euro und in 2024 nochmal 1.000 Euro und diese Leistungen jeweils über die Steuerbefreiung abrechnen, bis eben die 3.000 Euro Grenze erreicht ist. Was gibt es da jetzt für Gestaltungsmöglichkeiten? Gerade für Unternehmen kann die Prämie sehr spannend sein. Aktuell stehen viele Branchen vor einem sehr großen Fachkräftemangel und kämpfen um die besten Mitarbeiter. Die Zahlung einer 3.000 Euro Wechselprämie, steuer- und sozialversicherungsfrei, könnte also Arbeitgebern zum Beispiel ein gutes Argument bieten, um Talente abzuwerben. Natürlich ist dabei zu beachten, dass diese Prämienzahlung dann eben auch nicht vertraglich vereinbart wird, sondern eben freiwillig gezahlt wird, weil ansonsten funktioniert das Ganze eben nicht. In dem Kontext gibt es aber auch noch eine spannende Möglichkeit, die du auch als Arbeitnehmer proaktiv deinem Arbeitgeber vorschlagen könntest. Du könntest mit deinem Arbeitgeber zum Beispiel ein sogenanntes Arbeitgeber-Darlehen vereinbaren. Das heißt, dein Arbeitgeber würde dir jetzt zum Beispiel 3.000 Euro netto als Darlehen auszahlen. Und ihr würdet vereinbaren, dass du dafür eine bestimmte Zeit von Monaten, sagen wir mal 15 Monate, das lässt sich gut rechnen, im Unternehmen bleibst. Also du bekommst quasi eine Zahlung für eine gewisse Bindung. Weil das als Darlehen ausgestaltet ist, ist die reine Darlehensauszahlung, Sozialversicherungs- oder Lohnsteuerrechtlich erstmal gar nichts. Du müsstest jetzt aber natürlich, weil es eben ein Darlehen ist, eigentlich über die nächsten 15 Monate jeweils 200 Euro zurückzahlen. Diese Modelle werden deshalb so ausgestaltet, dass der Arbeitgeber jetzt in jedem Monat dieses 15-monatigen Zeitraums auf die Rückzahlung des Monatsbeitrags verzichtet, weil du ja während dieses Monats in der Firma weiterhin beschäftigt warst. Heißt, solange du in der Firma bist, musst du das Geld nicht zurückzahlen wegen dem Verzicht. Wenn du jetzt nach zehn Monaten die Firma verlassen würdest, müsstest du halt den restlichen Darlehensvertrag, der dann noch offen ist, dann noch ausbezahlen. Dieser Verzicht, das ist aber jeweils eine freiwillige Leistung. Und diese freiwillige Leistung führt dann zur Lohnsteuer und zu Sozialabgaben. Wenn man jetzt aber einen 3.000 Euro Bonus hat, dann könnten solche Verzichtsleistungen auch steuer- und sozialversicherungsfrei abgerichtet werden, wenn das vertraglich korrekt ausgestaltet wird. Was nehmen wir jetzt also mit? Die neue Steuerbefreiung ist in meinen Augen eine gute Sache, denn so könntest du zum Beispiel in der nächsten Gehaltsrunde auf eine jährliche Erhöhung von ein paar Euro netto verzichten und stattdessen sagen, zahl mir lieber freiwillig, ohne dass wir das vertraglich vereinbaren, die 3.000 Euro Prämie. Da hättest du vielleicht netto mehr davon. Oder du könntest auch so ein Arbeitgeber-Darlehensmodell nutzen und es hätte auch der Arbeitgeber durch die Bindung, die du ihm dann versprichst, auch etwas davon. In jedem Fall würde ich das Thema in deiner Firma mal aktiv ansprechen, denn es geht ja schließlich um dein Geld. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Auch kannst du dich gerne zu meinem wöchentlichen E-Mail-Newsletter mit regelmäßigen, spannenden Tipps abonnieren, damit du nichts verpasst. Schreib mir auch gerne deine Fragen und Anregungen in die Kommentare. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Ken.